Ich bin Saskia und ich spiel bei... Hi, I'm Saskia und I'm the... Bin ich schnell in den Irish Folk gerutscht und da bis heute nicht mehr rausgekommen. Ich finde es total spannend, die... Total spannend, wie wir... Total spannend, die altbekannten Trads... Total spannend, diese altbekannten Tunes und Songs neu zusammenzufügen und zu arrangieren und von dann... Wooh! Ja, ja, ist richtig los! Es trills mich, zu kombinieren... Für mich, es ist sehr motivierend, zu bekommen, solche positive Reviews als... Sprecherkarte ist vor. Pusht bei diesem Feedback, ich freue mich noch mehr auf die nächsten Gigs und... Pusht bei diesem... Dann mache ich auch. ... ... ... ... ... ... ... ... ...